es ist ja nichts besonders großes wir sind kleiner den Bauernfarm wir können jetzt schon mal kommen dann am besten hin steigen wir kommen durch die Tür dann rein das war ein super rein Schilder, die fangen wir jetzt mal mit runter den können wir dann immer noch mal pflanzen spinnen, oh, sieh mir das wie Redstone Schwarzpulver da kommen wir mal ein bisschen Musik machen die Rätzchen soll ich hier drauf finde ich ja richtig cool passt gerade so schön zum Sonnenuntergang schöner Moment toll gefällt mir so, Holz haben wir hier oben, ach, ich stimm da mal noch rein so, äh, ich weiß nicht, ob wir von der Sonne noch lieber besser dann würde ich aber mal gern hier das Haus noch weg machen so dünn, 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 dünn aber Erde drin Sines Rose Rose so, das kann hier Holz dann haben wir hier gerade so, dann haben wir hier gerade das ist immer wieder Schwierigkeit, spielen wir eigentlich gerade friedlich, sorry hier dürft's baum oh, guck mal der hat ne glitzernde Christbaumkette um sich herum den müssen wir noch mal besuchen gehen guck dir das an ein Creeper mit blinkender Weihnachtsbaumkette Geil ha, ha, ha ja, ba, ba, ba so, ich weiß, was gut so, weil ich zu essen dabei aber der Creeper dabei der Hammer wow zack ich bin mir aufgefallen, dass sage ich ihm wie immer, wenn ich die Creeper will, bekämpfe zack zack stopp doch so so, die da hinten können wir schick der hat nen Goldhelm, glaub ich, auf ey warum hast du nicht abgegeben du hast ne Spinne oh, wie süß ihr Arsch ähm 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 erinnert die Farben schön 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 erne 812 warte mal komm, wir ist hier grad, ich kann mal ausbessern wenn jetzt hier grad kein Creeper in der Nähe ist das reicht eh nicht aus so, schöner der ja, da war ganz schnell Spinne in unserem Garten oder ne, ist ein Hund sorry, dass ich mir meine Spinne verwechselt habe kann ja auch mal vorkommen seht euch ja auch so ähnlich ich glaube, den können wir aber eigentlich mal reinholen kommst du auch mal komm, na komm warum stehen die alle und laufen mir trotzdem nicht hinterher hallo ste- hallo hallo probleme der macht's warum gehorcht ihr nicht hallo jetzt geht's zuerst mal auf den Arsch hauen, da geht er wieder so und der auch nochmal mach Sitz im Wasser, mach Sitz oder komm einfach mit so, essen das Heu würde ich hier haben wir uns zumindest mit Heuteile auf ich bin's nicht vor, in den Keller zu laufen hallo Zombie Arme hallo siehst du richtig stylisch aus hallo siehst du richtig stylisch aus ich gehöp die EPs können mal herkommen die EPs können mal herkommen verrottetes Fleisch habe ich jetzt noch nicht viel warte mal, kann das hier eigentlich, ne wunderbar, ich brauche mir das nicht entschuldige, die Stauze voll mir ist auch aufgefallen, der Alltag, den wir in Let's Plays zeigen, ist ein bisschen nicht wirklich abwechslungsreich fällt mir so auf wir sollten mal wieder ein großes Projekt starten, was wir mal wieder bauen können aber ich weiß nicht, ob das jetzt sich jetzt noch lohnt vor den Ferien oder vor Ferien beginnen, weil da wollte ich ja einen neuen Kanal öffnen und neu mit Minecraft anfangen oder ob ich überhaupt noch mit Minecraft anfange und das haue sieht auch zum Kotzen aus ich muss noch mal rüber 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 um die Kampung rüber zu fahren und noch ein bisschen Holz holen so die Pilze sind ganz schön groß das ist aber das Haus mal ein bisschen verschönern und so gut wie halt geht geht ja jetzt ja nicht immer weil das Haus sieht eigentlich mal so selbstpersönlich gesagt scheiße aus ich find's hässlich ich hab gute Häuser kann man eigentlich nur mit weißer Wolle bauen dann sehen die auch immer so luxuriös aus und mit Holz und sowas kann man irgendwie nicht gute Häuser bauen, hab ich das Gefühl ich hab da mal so ne Kacke bei raus, außerdem war das wirklich drauf so so ich find mein jetzt 22 reicht doch nicht nehm ich den grad nochmal mit so wo ist der hin? jetzt hat einer drauf liegen geblieben na egal bleibt da eben da vergammelt da vor sich her so das dürfte reichen 33 Stück laufen wir nach vorne bis zur Uferkante mhm Krux mhm Krux mhm klingt schon wieder scheiße ne Spaß wie viele Hunde haben wir? 1,2,3,4,5,5 Hunde ok kommen mir manchmal mehr vor wir können jetzt ja mal hier umbauen wir haben jetzt auch noch hier ein Tor da baue ich jetzt auch mal ein Tor ein aber hier ist alle Richtungen mal ein Tor äh ich glaube der Bummen runter vor in die Ecke mit dir so die bessern wir grad mal aus mit dem Holz hier so sieht schon mal ein bisschen besser aus bisschen wohnlicher als immer dieser fertigen fail na komm nein so wie schön looks great so so dann würde ich eigentlich noch ein paar Teilen aus Stein machen das Koppel ist doch immer so ich wüsste jetzt aber nicht genau welchen Teil weil das Dach haben wir ja schon das Koppel gebaut und jetzt wüsste ich nicht noch welchen Teil noch wenn wir jetzt schon wieder irgendwie zu viel verändern sieht es auch viel kacke aus schn bisschen große irgendwie die Glasfläche machen wir die hier gerade mal weg So sieht aber eigentlich ganz schön aus du kommst nochmal mit hier ne da steht da mit einem Fackel rum Stab, Satz, halt nochmal, gucken wir doch mal da drauf, da, guck mal, sieht das schön aus, da, so. Äh, hier können wir irgendwie mal ganz weg machen, sieht das irgendwie so ein bisschen schöner aus. Na, toll. So, finden so noch Tiere. Warte mal, stopp, jetzt haben wir da vorhin ein Tor eingebaut. Ne, besserer, schätze ich da vorhin gerade mal weg. Ich brauche da gerade nochmal anderes. So, wenn man hier mal rauslaufen möchte. So. Gravel haben wir hier unten abgegeben. Nein. So. Wenn man gerade unser Weg gerade nochmal leer. Und nächste Folge, oder nicht, Doppelfolge, machen wir dann einfach mal, suchen wir dann mal einen Urwald und versuchen dann... Äh, jo, wenn fällt mir immer... ...kakao, kakaopflanzen zu finden. Und die dann hier auch mal anzubauen, oder unser Feld hier immer allgemein noch ein bisschen zu vergrößern. So, fertig. Das war mir jetzt klar, warum... Ach, egal. Na gut, dann beenden wir mal wieder unsere Folge mit dem schönen Klang der Musik und dem Hund. Tschüss. Tschüss.